Wow, Berlin! Oh, shit! Oh, shit! Unglaublich, Berlin! Ey! Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren! Es ist unglaublich krass! Ihr dürft euch, oder ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich mich auf diesen Eintracki gefreut habe. Ich wusste, am 21. März komme ich nach Berlin. Ich bin der Family, meine Frau ist hier, meine Kinder sind hier. Und wenn es nicht schon so krass wäre, ihr seid hier heute nach Berlin. Dankeschön! Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem Song, der ist sehr speziell. Der Song ist schon relativ alt. Ich schätze mal so ungefähr 21 Jahre. 21 Jahre. Wenn ich hier so in die erste Reihe blicke. Okay, stabile Leute auf jeden Fall. Das war jetzt schon mal so, ich höre. Das war jetzt halt bei mir, ich muss mir jetzt mal vorerst ein bisschen messen.